Hallo und herzlich willkommen zurück zu Raft! The new chapter, oder the final chapter? War das the new chapter? The final... The new... The new... The new... The new... Ah, das braucht ja noch was ich ja. Hast du irgendwas zu erforschen? Ja, dein Schleim, hau das mal beim erforschen rein. Ah ja, genau, das machen wir mal. Dein exklusiver Schleim, weil vielleicht bringt das ja das exklusiver Bulba. Das brauchen wir eher für unsere Netz-Aktion. Hervor... Es ist rot. Hä, wie ist es rot? Haben wir das schon, oder was? Wo ist er? Nein, nicht da hinten! Das so schnell komm ich da... Nein! Ach man, nervt das. Weißt du, immer am anderen Ende. Kannst du mal den Grill anzünden? Weil ich hab kein Holz mehr. Äh, ich kanns nicht... Was ist denn ein Grill? Ach so ein Grill. Ja... Äh... Was? Ich kann das nicht erforschen. Das ist ausgerutet. Ja, dann haben wir das vielleicht schon. Aber wir holen uns jetzt mal das Lederzeug und so. Komm! Lederwolle, ja, das wird ganz klar. Warte aber natürlich, das ist am besten... Nimm dein Pfeil und Bogen und wir arbeiten zusammen und so. Ja, warte, ich nehme noch die ganzen anderen Pfeile mit. Da war noch eine Pfeile. Da ist noch eine Pfeile. Ja, probieren wir das ganze nochmal. Boah, ich erwischt das Kleinviech nicht! Was für ein Dreck, ich glaub das kann man gar nicht äh... töten. Das kann ich mir anders nicht erklären. Doch! Ich hab's erwischt. Okay. Ich hab immer den Litzfänger ja leider noch nicht fangen können. Nö, da will ich das nicht herstellen können. Ey, ey. Wie töten. Jetzt bleibt da! Alter, geht mir das auf den Sack, dein Pfeil! Boah ey, Alter, ohne Witz. Holy shit. Das ist richtig übel. Aaaaaaah! Nein! Nein! Ach komm! Das trifft man nicht! Ich hab's zweimal getroffen bis jetzt. Hallo! Alter, das ist so unglaublich wie genau man da treffen muss. Und auch so wie nah man sein muss mit dem fucking Speer. Ja! Ich kann nicht, wie es mich abschaut. Hallo! Ich treff doch! Meistern, da ist er auch noch schneller wie mir! Jawoll! Ich hab mit dem Bogen getroffen. Ich hab ihn auch einmal getroffen. Alter, wie viel das Viech aushält. Möchte ich gar nicht wissen, wie viel die... Jawoll! Ich hab's! Äh! Kommen wir nichts damit machen! Nein, das ist jetzt nicht dein Ernst! Was für eine Scheiße! Das liegt wahrscheinlich Eier! Ah ja! Ja, ich glaub dafür das Viech hätt man dieses Netzding gebraucht. Naja! Auf zum Wildschwein! Da ist das Wildschwein! Oh Gott! Du hast dich schon gut angehittet, oder? Dann fang mal an mit deinem Bogen auf das Wildschwein da hinten zu schießen! Ja, wow! Ja, geil! Ja, geil! Ich hab' nicht die Kröcke! Loll! 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 Oh ja! Lena! Aua! Mann! Was war das schon wieder? Ja, das ist aber deine Aufgabe! Ich kann nicht in die Luft, ne? Hauen! Das geht so nicht! Naja! Es ist so unlosch, dass ich da kein Holz krieg! Ja, das ist scheiße, dass man diese großen... Ich überleg' gerade, ob ich gleich was erforschen soll! Oder soll man noch weiter reingehen? Mal gucken! So, ich geh' noch ein bisschen rum! Ja! Aber es ist echt nur die Insel, oder? So mehr ist da noch nicht mehr! Ich geh' hier mal runter zum Strand! Vielleicht ist hier ein Hülleneingang, oder so! Was ist denn das Ding? Warst du schon mal ganz oben? Ob, äh... Vielleicht irgendwo ein, äh... Ein Nest von dem... Von dem Vogel... Typ... Vieh ist? Ich bin irgendwo oben, aber noch nicht ganz oben wahrscheinlich! Ein Nest wär' ganz nice eigentlich! Vielleicht ein paar Eier, oder so? Ja, vielleicht nur mit denen dann runterlocken, Ein paar Eier! Da war ich, glaub' ich schon! Oh nein! Ich krieg' Fetthunger grad! Ja, nur ein paar rohe Kartoffeln essen! Das... das... das lüfte immer! Pfff! Ach, da ist da ein Hülleneingang! Oder warst du wahrscheinlich schon drin? Ja, da war ich schon drin! Ja! Hm... Ist auch nichts mehr! Wah! Daneben! Hm, doch mal ruhig da! Auch eine Ananas... Ananas... Oh, gar... Essen! Ja, dann... Wahrscheinlich dann vielleicht halt... Aber ganz hoch kommst du hier nicht, oder? Oder warst du schon mal ganz oben? Nö! Ich find' kein... Aufgang nach oben! Nö! Ich find' kein Weg nach oben! Hm... Hm... Es ist zwar jetzt ne große Insel... Man hat zwar das diese zwei Fett... Ja, es ist ja auch schon was Neues... Also ich bin grad schon... Ja, das schon... Ah Gott! Boah, das ist jetzt gemein! Ich lauf' nur an unserer Fluss vorbei und was passiert? Haha! Tja! Nein! Was denn jetzt? Ja! Ja, weil ich lauf' an unseren Fluss vorbei... Dann hör' ich schon wieder die... Äh... Krähen da... Oder die... Die Möwen da... Fressen, ne? Ach so, die Möwen, ja... Und dann geh' ich runter... Und dann scheuch' ich dich... Also töd' ich die Möwe... Und was passiert dann? Dann kommt natürlich gleich der Hai! Ist das gar nicht... Ja, der Hai soll ruhig bei dir bleiben, ey! Ja... Der Kröpp ist beim Suchen, aber anscheinend ist hier gar nichts... Ja, aber ich glaube, also wenn du da nicht mehr hochkommst, dann machst du das mit den Insel... Dann können wir auch mal weiter gehen... Kann man da vielleicht so schräg nach oben irgendwie? Ja, ich hab's auch schon versucht... Ich komm' da nicht hoch... Überall wo Felsen ist, kommst du eigentlich nicht hoch... Ich lauf' jetzt noch einmal komplett außen rum... Und wenn das nicht geht, dann... Kann man eigentlich, äh... Ja... Kann man hier vielleicht, dass ich's irgendwie hochbacken oder sowas? Oh, oh, oh... Oh, oh, oh... Ja, man kann sich hochbacken... Bist du oben? Lolle ist ja auch... Herr Lolle, der geht doch auf'n Weg hoch... Herr, wo denn? Von wo? Irgendwie von hinten... Oh, da ist ein, äh... Nein, lass es! Komm her, komm her! Stirb! Hä, wie bist du da hochgekommen? Ich versuche die ganze Zeit hochzukommen... Du machst so zweimal... Oh, oh... Oh, oh... Oh, lol, da ist ja ein Lager... Oh, eine Kiste... Alter... Ich muss mich grad... Moment... Wo bin ich denn hier? Ah, Mango-Baum? Na ja... Und ein Ananas... Nice... Rote Bären? Hm... Rote Bären? Alter, hier oben ist ja noch voll viel, ey... Da ist nochmal... Ach, bist du da oben jetzt? Ja... 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 Bleib da... Du Scheißding... Du kannst nicht entkommen... What? Ja... Dann schau mal auch mal zum Lager oder was auch immer das sein sollte... Ach, das sind doch so Antennen, okay... Ach, das sind doch so Antennen, okay... Komm... her... Da ist nochmal ein Mango-Baum... Ich hoffe mal, dass wir jetzt nicht ausrotten und dann irgendwie... Kriegen wir keine Viecher mehr, weil wir alle gekillt haben... Aber was soll man machen, wenn wir kein Netzding haben? Ja, das ist ja nur eine Insel jetzt, also... Ja, eben... Dann finden wir vielleicht noch raus... Ich sehe roten Bären, diesen... Oh, die roten Bären sollen wir nicht essen, oder? Die sind giftig, ja... Okay... Ja, wo ist denn das Viecher jetzt hin? Ja, das ist bei mir... Ich habe es draußen schon angehüllt, aber jetzt ist mein Speer kaputt gegangen... Verdammt Dax... Ah... Mann, äh... Aber hinten ist da noch was, hm... Ne, keine Chance... Vielleicht kann ich das noch mit der Axt erwischen? Mit der Axt kann ich dem nicht Schaden zufügen, oder? Kann man nur mit dem Speer machen... Sollte ja... Vielleicht... Sollte ja nochmal zurückgehen, irgendwie, oder? Ja, ich weiß nicht, ich glaube, die haben da... Sind doch schon sehr eigen... Ne, geht nicht... Eindeutig nicht... Aber er ist gut gedamaged... Eigentlich sollte ein oder zwei Pfeiler reichen... Gleich... Okay, ja, dann... Ich habe mich jedes Mal erwischt mit dem Bogen... Äh... Mit dem Bogen... Mit dem... Mit dem Speer... Ah, nein, ich kann die Blanken nicht aufnehmen! Lol, du scheiß... Vogelfiechen... Oder diese scheiß, äh... Äh... Ich weiß nicht, was sie wegkauen sollen... Hm... Planken... Naja, ne, die Planken sind schon wichtig... Wer braucht schon diese fucking Ananas haben? Ja, ehrlich... So, äh... Passt... Gut... Dann... Komme ich nochmal da in die Mitte rein... Und hier ist... So... Ich glaube, das ist der höchste Punkt, aber hier ist kein... Ah, da ist das Viech... Ich muss sagen, es ist etwas schwierig mit dem Bogen da in dem... Okay... Aber ich habe gut mit dem Speer getroffen eigentlich... Weil er immer wieder sich umdreht und auf dich zurennt dann kurz... Da könntest du eigentlich... Ja, aber ich mache es auch mit dem Speer... Meine ich ja mit dem Speer... Ah, komm schon! Der mobbt mich... Boah, ich bin echt... Schlechterin, diese Viecher zu treffen... Mit dem Speer... So... Komm schon, das habe ich nicht, haben wir getroffen... Die Stirn... Hallo, die Reichweite von dem Speer, die ist doch... Komm schon... Oh, endlich... Ja... So, wo haben wir... Was? Da kann man alles machen damit... Was? Dass die Tiere killen, bringt irgendwie gar nichts, habe ich gesehen... Außer sie sind so fette Viecher... Ah... Also das sind jetzt alles so Nutztiere anscheinend... Okay... Also Vogel und so ein kleines... Rehlein, das ist anscheinend nicht zum Verzehr geeignet... Merkwürdig... Naja... Hm... Naja... Aber... Ich muss sagen, ich habe jetzt echt viel Holz ges... Ja, das ist sehr gut... Das ist Holz... 69 Holz... Also... Alter, das ist so Hammer... Weißt du, was wir da bauen können... Oh... Nice... Ja, also ich glaube, ich habe jetzt gar nichts mehr... Ich glaube, ich... Bin ich überhaupt... Ich wollte gerade sagen, ich komme zurück, aber... Ich finde das Floß nicht, ich will schon die ganze Zeit zurückgehen... Ah... Da, ich habe es gefunden... Ah... Gott sei Dank... Gibt es eigentlich mal den App oder so? Nee... Waaah... Ich habe Durst... Bisschen Ton nehmen wir noch mit... Ah... Scheiße... Wahrscheinlich bin bloß so noch... Woa... Hm... Was? Ja... Mich hat gerade so ein... Ding... Äh... Was? Du lebst schon noch... Ey... Freck ich jetzt so los... Nee... Alter... Bitte nicht... Nee... War knapp... Ja... Gut... Da kann ich nichts machen... Wieder... Das ist wieder klar... Ich komme mal zur... Blanke... Drei Blanken... Und... Eine Metallbahn... Ah... Ich glaube da hinten ist es los... Ich darf noch ein bisschen weiterlaufen... Boah... Das Fliegeviecher... Das möchte ich echt... So... Boah... Hm... Also... Es ist anfällig... Wenn es sich so ein Stein holt zum Abwerfen... Leder... Erforschen... So... Leder... Erforschen... Erforschen... Jetzt bräuchte man mal... Wolle... Ja... Da... Müssen wir wohl zur nächsten großen Insel... Ja... Ich glaube auch... Blöd gesagt... Die Palme... Da ist schon fertig... Oder komm... Ich weiß nicht... Wie hoch... Die wäre eigentlich schon... Ja... Oder... Da muss man erst warten... Bis das... Mal gucken... Das muss dran... Ja... Ich werde dann auch mal kurz warten... Schauen... Oh Gott... Was habe ich denn jetzt alles... Bei ganzen Trophäen... Ein... Eike... Kannst du mir Holz geben... Bitte? Aha... Ja... Oh... Danke dir... Ich will immer... Wenn ich... Also das ist echt gefährlich... Bei mir... Ups... Weil ich immer einen Speer... Machen will... Und da immer fast die... Äh... Pfeile mache... Ganz ganz gefährlich... Eins... Zwei... Eins... Das kommt... Nicht hier rein... Oh... Was ist das? Doch da... Da... Eigentlich können wir weiterfahren, oder? Sollen wir mal einfach mal... Ja... Kannst du... Los machen... So... Oh... Dieses riesen Steak, ey... Oh... 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 Schau dir dieses Steak an, ey... Holy... Shit... Was für ein riesen Oschi... Ha... Hahaha... Nice... Nice... Raw Meat... Oh... Ist die gerade mal gewachsen? Was ist noch... Ah... Das Segel... So... Dann kann ich da eigentlich... Hä... Was ist denn hier los? Wieso ist das so komisch? Macht sowas! Das war alles so schön sortiert! Ne... Ich hab extra jetzt das, was man schmelzen kann... Oder die Fertigprodukte links... Molzen sind... Nee... Ich hatte da voll meine Ordnung drin... Ja... Welche Ordnung? Ja... Dann kommt da hin... Also ich fand das nicht, dass das eine Ordnung hatte... Ich fand deins grad voll durcheinander... Hä... Bei dir waren Fertigprodukte... Schau her... Ist das eine Ordnung? Guck... Das ist für mich Ordnung... Mh... 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 Nö... Ich hätte jetzt in eine Ecke blücksackt... Das Zeug... Was fertig ist... Schon eingeschmolzen ist... Nene... Das ist... Bei mir ist das... Riecht immer eine Reihe... Das ist... Du musst sofort oben nach unten... Ja... Du musst sofort oben nach unten gucken... So gesagt... Das... Das was zum Schmelzen ist... Also Eisenerz... Sind da... Also... Drüber und drunter ist das... Was das daraus rauskommt... Hm? Mh... Mh... Okay... Viel logischer... If you say so... Sand platzieren... Blanker platzieren... Ach, da sind wir gar nichts dran... Nicht nachgepflasst... Mach... Mach... Nein... Lass es doch... Geben wir jetzt auf den Keks... Aber... Heftigst... Hohohoho... Ach nee... Ich möchte doch keine Palmen sammeln... Wohl doch... Ich kille den Raum da jetzt mal... Zwei... Wassermelonen... Ähm... Blanke... Schrottseil... Schanier... Ganz blöd... Haben wir hier noch irgendwelche... Rüben übrig? Hä? Oder hast du die schon alle... Eingebrannt? Sag jetzt nicht, dass die ganzen... Nee... Ich habe ja noch welche... Ich habe ja noch welche im Inventar... Gott sei Dank... Dass du da jetzt irgendwie mal... Dann... Brätst... Nee, nee, nee... Ich gucke immer, dass ich immer... Unten die Kartoffeln habe... Und oben eigentlich immer... Äh... Ich mag die Kiste eigentlich leer kriegen... Ehrlich... Oh... Wo ist er? Ach scheiße... Hat er jetzt was geklaut oder wie? Nee, nee... Aber ich war zu Angst, um ihn anzuhütten... Aber ich war zu Angst, um ihn anzuhütten... Ich will das gar nicht sammeln, ey... Klaass... Ah... Das ist klaass... Also mittlerweile haben wir echt viel Zeug, ne? Ja mittlerweile geht's, ja... Aber immer genau das, was du brauchst... Ist nicht da... Richtig... So... Dann die ganzen Palmenblätter und sowas... Ich kann's gar nicht... Drei... 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 Vier... Äh... Dreimal Schrott... Eins... Zwei... Drei... Und äh... Zwei Planken brauche ich noch... Sind hier irgendwo Planken drin... Sonst muss mir welche geben... Tu mal die Planken irgendwo rein... Das nervt, wenn du die im Momentar hast... Ja, ich wollte es eigentlich gerade bauen... Geben wir mal welche... Ach... Danke dir... Genau... Äh... Tu es... Passt es da so mit dem... Hä geil, das geht doch... Gibt sich das... Ich glaub da müssen wir dann irgendwann mal hier eine Ordnung reinbringen... Weil irgendwas stimmt hier nicht so ganz... Also das passt eigentlich... So, das müssen wir dann hier herstellen... Genau... Also lass dich da nicht verwirren mit dem... Inneren da... Das muss genau... 1 zu 1 immer mit diesem Abstand sein... Mit den... Balken... Ach ja... So... 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 Ich hör's doch wieder... Hab ihn... Perfekt... Genau das wollte ich hören von dir... So... Erstmal wieder anschüren... Ja... So... Und... Nein... Genau... Hier bräuchte ich was... Alles... Ist grad extrem viel in diesen Netzen... Ja... Weil ich lange nicht mehr rausgefischt hab... Normalerweise tue ich sie ja immer wieder mal rausfischen... Aber... Gerade hatte ich nicht so richtig Lust drauf... So... Weil ich dann wieder alles zur Folge... Weil das Problem ist, wenn du immer wieder damit beschäftigt bist... Das immer wieder rauszuholen... Da kommst du nicht mit dem Sortieren hinterher... Das ist Katastrophe... Ja... Wir brauchen jetzt echt mal was... Wo man... Seil... Plastik... Ich will nix sagen... Aber ich... Glaube... Dass wir diesen... Weckhauen könnten... Gott... Speichern mal bitte... Ist gespeichert... Oh Gott sei Dank... Nix passiert... Oh... Hi... Blöde... Man... Braucht frisches Wasser... So... Flügel drauf... Und... Da... Das Fleisch noch nehmen... Ja... Gibt's ne... Gibt's ne... So... So... Boah... So... Scheich... Was kann man denn so bauen... Tisch braucht... Kunststoff... 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 Teppich... Ah ja gut... Also wenn man da echt so Stühle und sowas baut... Da... Kunststoff und so gesagt... Gut weg... Ablage... Ich mag das jetzt ausprobieren... Warte kurz... Wenn ich... Wenn ich... Ja... Das schnell alles rausnehme... Und ich tu jetzt... Keine Ahnung... Ich tu jetzt da... Einmal Kunststoff rein... Ne... Und ich tu die entfernen... Plus eins Kunststoff... Ja... Tatsache... Ein Lager und ein Kunststoff... Also das teilt sich in deinem Tag auf... Also wenn es voll ist... Dann wirst du wahrscheinlich alles auf dem Boden liegen haben... Dann plötzlich... Ah... Ok... Ok... Perfekt... Also es geht nicht für uns... Ne... Also verloren geht es schonmal nicht... Verloren geht es schonmal nicht... Das ist ja schonmal was oder? Ja... Sehr gut... Alter... Wie viel Holz sie gerade vorbeischwimmt... What? Ist meine Buhre Haken kaputtgekommen? Hm? Das ist mir gar nicht aufgefallen... Wär mir noch nie aufgefallen... Wär mir noch nie aufgefallen... Ha... Höh... Läuft bei dir nichts... Ein Bolzen... Zwei... Ach... Ich schmelze mal das ganze Zeug ein... Einfach... Da... Kommt... Metallbarin rein... Ja... Ich hab da eigentlich schon... Reingeschmolzen... Also... Jaja... Ich hab grad was Neues rein und so... Achso... Das andere ist schon fertig... Ja... Also passt eh... Ein Bolzen... Planke passieren... Planke passieren... Holz... Wenn ich da jetzt kann... Nehm ich... Nehm ich nicht... Nehm ich nicht... Und das nehm ich... Das... Scheiße... Nehm... Na gut... Wenn der Holz dabei ist... Nehm ich... Boah... Okay... Man soll vielleicht die ganze Zeit rumgehen... Und... Ach... Möch's mal anderes... Ähm... Schlange passieren... Da ist was fertig... Zack... Ja... Geht da hin... Also langsam wird's echt... Muss ich sagen... Ich bin zufrieden... Ich auch... Bis jetzt schon... Nehm... So... Dann... Geh ich nochmal da hoch... Ich muss vielleicht nicht alles von dem... Einschmelze ausmachen... So... Hä? Warum... Ich hab doch... Achso... Ah... Ah... Schauen wir mal... Ich kann das essen... So... Bisschen links halt... Wo... Ähm... Okay... So... Der kommt jetzt hier... Her... Per... So... Oh okay... Diese zwei... Hei... Du wirst doch jetzt nicht... Nein... 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 Oh... Alter... Jetzt hab ich da noch was an meinen Angeguckt... Das konnte ich nicht gleich... Nein... Jetzt hab ich... Fast nicht bekommen... Oh... Krr... Krr... Oh... Wir sind wieder bei 30 Minuten... Shit... Scheiter... Oh... Holy moly... Enten... 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 Boom... Wassermelonen... Samen... Wassermelonen... Samen... Hallo... Jetzt komm... Jetzt komm... Jetzt komm... So... Mal was man nehmen... Schau rein mit euch... Das ist noch gewässert... Das ist auch noch gewässert... Ihr alle werdet gewässert... Son... Son... Blanke... Blanke... Genau... So... Genau... Oh... 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 Da ist was... Da tue ich mal... Also hier so ein kleines Floß... Bloß nichts großes... Aber... Oh ja... Okay... Soll wir eigentlich mal gucken... Wo die nächste Ding ist... Ich habe schon geschaut... Ich habe eigentlich schon eingestellt... Wir müssten... Zumindest langsam in die Nähe kommen... Hallo... Ich bin durchsteig gerade... Ich bin durchsteig gerade... Oh hier ist ein Pass drin... Ach da... Mann... So... Wollen wir jetzt eigentlich den Garten... Und sowas... Die Anbauflächen auch oben... Irgendwie jetzt hin... Ja... Ich denke mal sagen... Zum Beispiel... Baum... Könnte man weghauen... Weil da kommen wir es eh nicht... Was ist mit dem Baum... Kann man da nichts machen... Oder was mit dem Baum... Doch doch doch... Aber ich meine... Da kann man halt jetzt nicht den ersten... Wenn ich da jetzt haue... Dann kriege ich Holz oder? Ja... Funktion ja gut... Kriegst du nichts oder was? Hä? Ja stimmt... Ne... Dann müssen wir wahrscheinlich noch... Ausgewachsen vielleicht... Hallo... Was ist wirklich... Welchen hast du gepflanzt? Ne... Palme... Also... Mit Kunststoff... Kannst mich jetzt jagen... Ehrlich... Ja... Kunststoff... Palmblätter... Kannst... Ne... Also... Was wollen wir denn jetzt alles... Nach oben verlagern... Jawohl... Wenn da der Grill ist... Könnte man da auch gleich... Die Anbauflächen machen... Möcht... Eigentlich... Übern... Anker eigentlich auch noch bauen... Oder... Möchtest du hier frei lassen... Das geht nicht... Übern Anker kannst du glaube ich nicht machen... Okay... Dann... Halt... So... Na... Ach... Was hab ich denn jetzt... Eine... Ähm... Warte... Oder... Kann man da bauen... Obwohl... Wenn nicht... Ah... Vielleicht geht's ja doch... Oh ja... Es geht glaube ich... Mir geht's Holz gerade aus... Ah... Ah... Moment... Da höre ich doch ein... Ah... Perfekt... Oh... Mit einem Eisenspeck... Ist das glaube ich ein One-Hit... Ach so... Woll ich schon fragen... Hey... Wo ist der Grillen? Wieso kann ich da nicht... Ah... Oh... Nice... Geil... Nein... Nein... Ähm... Also... Du möchtest dann eventuell einen zweiten Grill haben... Jaja... Unbedingt... Also ich hätte da jetzt noch mal zwei Anbauflächen... Ja... Die kommen dann hierher... Also dort wo noch ein bisschen Loch... Lochartig ist... Ja... Ja... Darf ich mal... Behaupten... Dann baue ich da schon mal die Ersten... So... Wupp... Oh nice... Obwohl... Eigentlich habe ich ja die Falsch... Ich... Ich wollte gerade sagen... Eigentlich werden... Die Kleinen... Ja... Die Kleinen sind viel besser... Ja... Die baue ich auch noch... Zumindest die... Weil die Großen... Die sind irgendwie so... Für große Sachen schön und gut... Aber... Ehrlich gesagt... Äh... Beim Grill brauchst du die nicht... Ne... Können wir noch woanders hin tun... Aber... Oh ne... Wo ist der schon wieder... Ich höre mich auch... Wo ist der... Ich sehe ihn nicht... Kaputt... Ich habe kein Holz... Zum reparieren... Ich auch gerade nicht... Wie... Du hast dein ganzes Holz schon verbraucht... Ja hallo... Ich habe dir schon... Alleine dir schon 40 gegeben... Ne... Alter... Holz ist echt... Holy moly... Schon fast... Ja... So Holz ist echt... So die Mangelware... So... Ich mache mir hier mal... Neue Foundation... Bisschen... Boah... Das fettes... Fettes Ding da... Ich weiß gar nicht... So... Ach... Scheiß drauf... Ich baue den einfach mal... Hey... Wer schwebt? Zug... Und war ich fleißig, oder? Wir müssen das Wasser Ding hier noch hochbringen... Ja... Jetzt bringen wir alles nach oben, ey... Und unten haben wir dann gar nichts mehr... Ne... Entfernst du es gerade? Ja... Ja... Holz 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 Holz... Eigentlich nicht Holz... Ähm... Einfach so neben dem Grill einfach... Das ist eigentlich doof, wenn wir das Wasser Ding oben haben, oder? Wir müssen immer wieder runterlaufen zum Wasser holen... Ja... Wir... Ah... Ja... 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 Wir... Ja... Ja... Das ist jetzt dämlich... Ne... Komm... Bring's wieder runter... So... So nah wie möglich an... Das Wasser... Ja... Aber nicht zu nah... Nicht das dann da... Ja... Du atmest mal... Boah... Halt... Halt... Ja... Ich habe ja das vorhin selber eins gehabt... Ein Stück alt Fleisch... Achso... Ich habe da ja auch was ausgegraben... Ähm... Das habe ich da ja schon was gepflanzt... Fuck... Oder hast du da was reingetan? Ne... Da hast du was reingetan... Links habe ich auch mal da was reingezahnt... Scheiß drauf... Brauchen wir halt... Ach ne... Ach ne... Nein... Ach so... Stört mich, dass da frei ist... Ja... Passt... Danke... So... Dann schauen wir euch, dass ich da weitermachen kann... Warte... Na... Jetzt will mir wieder Holz... Hast du noch irgendwelche... Äh... Ohne Kartoffeln oder sowas? Ja... Natürlich... Weil da hätte ich hier... Insgesamt noch... Sechs Plätze zum... Uah... Wo ist er? Weg... 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 Oh man... Jetzt hat er es kaputt gemacht... Schüderhai da gewesen... Ja... Was für ein Arsch... Wie viel... Wie viel... Wie kochte Kartoffeln... Muss man denn bitte fressen... Dass man da mal einigermaßen... Hä... Ich sammle so viel Holz die ganze Zeit... Das... Das von alleine... Verschwinden immer in den Tal... Ah... Fucking hell... Doch ziemlich... Multitasking... Hier... Ach... Okay... Was noch mal denn da ist... Oh Gott... Ah... 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 Ja... Perfekt... Das... So wollte ich das... Genau... Das ist schön... Das gefällt mir sehr sehr gut... Braucht alles frisches Wasser... Ah... Das hier noch so hin... Ach... Du hast ja mal eine Flasche, ne... Hm... Die ist gut... Da kannst du auch so... Vier mal... Äh... Rein... Und dann hast du vier mal Wasser... Bei dir... Ah... Das ist ganz... Kann wieder noch von außen... Jawoll... Ah... Oh... Die Folge... Ah... Oh nein... Ich hab vorhin noch drauf geschaut... Ah... Da haben wir noch bisschen... Ich hab ja gesagt... So langsam ist die Folge vorbei... Und jetzt... Oh... Oh Gott... Oh... Entschuldigung... Okay... Wo bist du? Hier... So... Danke fürs Zuschauen... Und äh... Bis zur nächsten Folge... Bis zur nächsten Folge... Brutal...